Alegra und Grüezi miteinander. Wir sind Kramper von der Rätischen Bahn. Unsere Kollegen haben vor über 100 Jahren die fantastische Bahnstrecke gebaut. Und jetzt haben wir geerbt. Wir alle. Wir haben die wunderschöne Strecke mit der einmaligen und beeindruckenden Atemberaubend Panorama. Von Dosis bis Tirana ist UNESCO-Welterbe. Über das Erbe kann sich die ganze Schweiz freuen. Auch Sie. Bilden Sie einfach in Ihrem Verein, Club oder Freundeskreis eine Erbegemeinschaft Aus drei bis zehn Personen. Die machen Sie ein Foto Ihrer Gruppe. Am besten in Ihrem Vereinskleider oder Uniform. So wie wir hier. Und dann machen Sie auf unserer Internetseite an der grossen Publikumsabstimmung mit. Die zwei Erbegemeinschaften mit der meisten Stimmen gewinnen. Je, 3000 Franken im Bar. Für Ihre Vereinskasse und ein exklusives Wochenende im UNESCO-Welterbe. Und zusätzlich nehmen Sie teil an unserer neuen Erbe-Kampagne. Mit einem professionellen Fotograf. Im Making-of-Film. Mit allem, was dazugehört. Melden Sie Ihre Erbegemeinschaft am besten sofort. Allemoi! Und bis bald bei uns im UNESCO-Welterbe. Anklation! machin, machin, los! Okay! Auf einmal, war die Kanad? magnitude 33